Ich möchte gerne das Verhalten sehen und da was dran machen und die Ursache tatsächlich lösen. Danke. Wir haben hier ein Schirrgerät. Ich will nur erstmal zeigen, was sie überhaupt macht. Weil ein Besitzer kann ja sagen, dass das Pferd Angst hat. Naja. Es ist auf jeden Fall zu sehen, dass es ihm nicht ganz passt. Und dass er was zu tun hat. Okay? Ist fein. So. Wir fangen erstmal an, das Pferd zu bewegen. In der Pferdesprache ist es so, dass ab dem Moment, wo wir in der Lage sind, das Pferd zu bewegen, und das Pferd nicht uns, dann haben wir die Leitung. Nicht nur die Leitung, wir tragen auch die Verantwortung. So. Darum habe ich schon mal eine Lunge. Wenn er wegspringt oder was auch immer. Ich möchte nicht mitgeschleppt hören, wo das Pferd mich steuert. Ich möchte die Entscheidung treffen. Man merkt ja, sie ist was gestresster. Und jetzt, wenn ich auf mein Pferd zulaufen möchte, um es nur mal zu streicheln, und es läuft weg. Fein. Da hat er sich was Sorgen gemacht. Dann bleibe ich eigentlich aufs Pferd zu gehen, bis es ruhig ist. Und genau auf dem Punkt gehe ich wieder weg. Schon besser. Okay. Wir fangen erstmal an mit dem Plastik, Melissa.